Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ihr könnt schon im Hintergrund gucken, wir werden heute Streaming-Services ranken. Und ja, Streaming-Services begleiten uns ja den ganzen Tag über. Man fragt sich, okay, was wird man abends gucken und welchen Streaming-Service wird man dafür benutzen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ich glaube, ich werde mich jetzt auch dafür versuchen, so ein bisschen in die Rolle zu begeben, wie wäre es, wenn beispielsweise Netflix und Disney Plus nicht meine Eltern bezahlen würden, sondern wenn ich dafür bezahlen müsste, welches Streaming-Services würde ich mich dann entscheiden. Und ja, wie ist der Original-Content, wie ist der Content abseits von Original-Content, wie ist der Preis. Und all das wollen wir heute in dieser Tierlist besprechen. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, was euer Lieblings-Streaming-Service ist. Und wir starten mit Netflix. Und Netflix fällt mir halt direkt schon relativ schwer, weil ich bezahle halt für Netflix nichts, wie ich gerade schon angedeutet habe. Meine Eltern haben Netflix und ich habe Netflix jetzt bestimmt auch schon durch meine Eltern seit Dutzenden Jahren. Also, ja, wahrscheinlich seit Netflix in Deutschland relativ groß wurde, habe ich Netflix. Ich wollte mal hier gucken, wie sieht so der Content aus, der aktuell auf Netflix drauf ist. Weil klar, wir haben ganz coole Sachen wie Godzilla Minus One beispielsweise. Oder sowas wie Jaban. Also, immer wieder kommen ja auch coole indische Filme auf Netflix. Das ist eine Sache, die ich in den letzten Jahren sehr cool fand. Aber gerade auch viel Original-Content. Ähm, ich meine sowas wie The Greyman. The Greyman war meiner Meinung nach nicht gut, aber es ist ein großer Original-Content-Film, der ja dann auch auf, ähm, der vorher in den Kinos gestartet ist. Oder auch im Westen nichts Neues? Lief der auch vorher im Kino? Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, deswegen weiß ich es gar nicht. Okay, weiß ich nicht. Ähm, Don't Look Up beispielsweise. Es gibt auf jeden Fall gerade diese ganz, ganz riesigen Original-Content-Sachen. Die Irishman, die Irishman habe ich vergessen, ähm, die sind natürlich, die kommen vorher ins Kino. Guillermo del Toro Spedocchio, weil ich ihn nicht liebe. Ähm, die kann man meistens schon vorher im Kino gucken, weil Netflix natürlich auch auf Awards aus ist. Und dafür muss dort eine gewisse Zeit im Kino gelaufen sein. Ähm, ich würde sagen, Netflix ist nice to have. Ich bin so ein bisschen aus den Netflix-Serien herausgewachsen. Ich schaue da aktuell nicht so viel. Netflix hat immer noch eine hohe Qualität und hat viel Cooles, kauft auch viel Cooles ein. Wir hatten da kürzlich Godzilla Minus One oder, ja, halt eben beispielsweise Jarvan, welchen ich cool fand. Ähm, Spaceman mochte ich. Damsilver, okay. The Killer natürlich von David Fincher habe ich aber auch vorher im Kino gesehen. Ja, ich denke, Netflix ist nice to have, meine Meinung nach. Wenn man natürlich auf diese ganzen Netflix-Serien steht, ist wahrscheinlich Jahresabo oder überlebensnotwendig. Aber für mich aktuell ist Netflix nice to have. Disney Plus ist natürlich vor allem Disney-Content. Also, Disney Plus ist wahrscheinlich relativ unnötig zu gucken, was da alles drauf ist, weil wir wissen, dass Star Wars, Marvel, ähm, natürlich jetzt aber auch Sachen, die von Fox produziert wurden. Also, wir hatten sowas wie, ähm, Poor Things, The Creator, ähm, das erste oben ist beispielsweise auch auf, ähm, Disney Plus. Also, schon auch relativ vielfältig, ähm, auf Disney Plus muss man auch sagen, gibt's relativ viel Original-Content in Sachen Serien. Viel halt, was mit IPs so zu tun hat, also mit Franchises wie Star Wars, Marvel eben. Ähm, ja, würde ich Disney Plus über, über Netflix packen. Huh. Boah, das ist überraschend schwierig. Ich glaub, das ist jetzt die, die Liste, die wir bisher von allen Listen, die ich jemals auf diesem Kanal gemacht habe, wird am schwersten fällt. Boah. Das Ding ist halt, Disney Plus hat halt diese ganzen Blockbuster, ähm, diesen ganzen Mainstream-Booms. Aber der ganze Mainstream-Boom hat halt auch schon eine gewisse Wirkung so auf einen, ne? Aber auf der anderen Seite, ja. Aber auf der anderen Seite schau ich ja auch. Ich hab mit Tim meinen, meinen MCU-Rewatch. Das geht nur, weil ich Disney Plus habe. Disney Plus ist schon relativ wichtig. Ich weiß halt nicht, wie teuer Disney Plus ist. Ich weiß halt, Netflix ist in letzter Zeit relativ teuer geworden. Ich glaub, Disney Plus, keine Ahnung, wahrscheinlich auch. Nice to have? Nice to have oder Jahresabo? Boah. Nice to have. Macht mir nice to have. Ähm, ich kann ja immer noch im Nachhinein umändern. Ich würd sagen, Disney Plus ist nice to have. Wenn ich auch schaue, welche Streaming-Dienste benutze ich am meisten, dann wird's wahrscheinlich auch bisher genauso sein, dass ich Netflix und Disney Plus ungefähr in der Mitte wäre. Join. Ich hatte letztens Join. Und Join ist okay. Ähm, Join ist halt so ein Ding, da sind jetzt nicht so viele Filme drauf. Also ich mein, ihr könnt schon sehen, es ist deutlich weniger jetzt, als wenn man das mit, ähm, beispielsweise mit Disney Plus oder Netflix vergleichen würde. Ähm, ja. Ja, es ist ganz nett für einen Monat, aber für nicht mehr. Für einen Monat ist es ganz nett, aber ja. Letzter Preis. Ich glaub, Join ist für mich wirklich letzter Preis. Wenn da mal so eine Rabattaktion ist, drei Monate für 7,99 Euro, dann ist so eine Sache, dann ist Join eine okaye Sache. Wo ich selbst da wahrscheinlich nicht immer zuschlagen würde. Aber, ja. Ungefähr so würde ich Join einordnen. Es klingt natürlich jetzt ein bisschen verrückt, Netflix und Disney Plus nur einen darüber zu haben, aber, ja. Ja. Join ist auch schon wirklich nah dran, bei, bei, bei warum. Weil, warum existiert Join in Sachen Mainstream, Kino und so überhaupt, aber auf der anderen Seite, ich glaub, da gibt's für mich persönlich noch schlimmere Sachen. Wow. Wow ist halt relativ, obwohl Wow hat auch immer diese ganzen, also Wow beziehungsweise Sky, also die ganzen HBO-Serien beispielsweise, ähm, House of the Dragon, Game of Thrones, The Last of Us, das läuft natürlich alles bei, ähm, Wow oder Sky, ähm, in Sachen Filmen nicht so viel, also halt sehr viel Neues einfach, ähm, dafür ist ja auch so Sky relativ bekannt, dass du halt dort die Filme, die aus dem Kino kommen, zuerst auf Sky laufen, da hatte ich beispielsweise letztens, letztens mit meiner Schwester Super Mario Bros. geguckt, oder, ja, ähm, Dump Money hatte ich nachgeholt, Megan, ähm, Pearl läuft auf, äh, läuft auf Wow, Wow, also, ja, das benutzt man halt wirklich, um eher so aktuelle Sachen nachzuholen, aber ich finde Wow auf jeden Fall besser als Netflix oder Disney Plus wahrscheinlich, äh, weil halt eben vor allem der Serien-Content so viel besser ist, also, die haben halt die ganzen Sky, äh, die ganzen, äh, HBO-Serien und HBO macht meiner Meinung nach die besten Serien, von daher würde ich sagen, ähm, ähm, Wow würde theoretisch ein Jahresabo kriegen, relativ teuer, glaube ich, obwohl es da, wie schon gesagt, auch immer wieder so Rabattaktionen gibt, aber, ja, ich glaube, Wow wäre für mich eher interessant als Netflix oder Disney Plus wahrscheinlich, vor allem, wenn ich das jetzt in Serienbezug stelle, würde ich schon sagen, dass, äh, Wow dort mit Netflix und Disney Plus den Boden auffischt, ähm, ja, Prime Video, Prime Video ist überlebensnotwendig, ich weiß, es wird wahrscheinlich viele Amazon-Hater geben und ich kann es ja auch verstehen, wenn ihr dort so einen großen Player nicht unterstützen wollt, ich meine, es sind alles große Player, Disney Plus und auch Netflix, aber Prime Video ist einfach so praktisch und an sich muss man es ja eigentlich so bedenken, Prime Video ist nur, wir dürfen nur den Content vergleichen, der auf Prime Video sich befindet, aber das mache ich nicht, weil durch Prime Video kann ich auch kostenlos mir Sachen zuliefern lassen und das gehört zum Abo hinzu, gut, dann müsste ich wahrscheinlich auch, ja gut, bei Netflix, wer benutzt die Netflix-Spiele? Habt ihr jemals ein Spiel auf Netflix gespielt? Nein, oder? Nein, das zählt mir dazu, für mich zählt das dazu, ich vergleiche nicht nur den Film-Content, sondern ich vergleiche auch, was man insgesamt für das Abo bekommt, aber Prime Video kann ich mir kostenlos Sachen liefern lassen, muss für die Päckchen nichts bezahlen und es ist praktisch, es ist praktisch, Next-Day-Lieferung und sowas, ähm, Amazon raubt seine Mitarbeiter aus, ja, das ist scheiße, aber trotzdem, für mich als Endkonsumenten ist Prime Video halt trotzdem praktisch und auch trotzdem laufen da gute Sachen, äh, es läuft Champions League dort, also jetzt sind wir bei Fußball angekommen, also dieses, wir fokussieren uns doch nicht nur auf Filme anscheinend, aber da läuft Fußball theoretisch, ähm, und, ja, deswegen, ähm, ja, auch dort, aber auch dort laufen gute Filme, auch dort sind interessante Sachen, äh, viele Originals, also sehen wir allein ja schon hier, Ungentlemanely, Warfare, American Fiction, Ferrari, Southburn, die kamen jetzt alle erstmal nur auf Prime, die kamen alle nur auf Prime Video raus, ähm, wir haben auch neue andere Sachen, also neue Sachen, die aus dem Kino kommen, beispielsweise, To Catch a Killer läuft auf Prime Video, eher, Talk to Me ist anscheinend auf, ähm, Prime Video, das Lehrerzimmer, aber auch alte Sachen, also wir können auch mal hier ganz zurückgehen, und sehen dann sowas wie Jaws, oder, oh, was von Louis Bonneuel läuft bei, ähm, Prime Video, also ich finde Prime Video ist einfach wirklich, Prime Video ist ein guter Dienst, ich habe noch nie Amazon Music oder so benutzt, ähm, aber für mich ist Prime Video gut, für mich ist Prime Video überlebensnotwendig, und dafür ist es halt auch relativ, relativ günstig, gut, ich hatte jetzt immer das Studenten-Abo, ähm, mal sehen, wie es jetzt ist, wenn ich dann nicht mehr Student bin, aber, ja, so für mich würde ich erstmal sagen, all die Jahre, die ich Amazon Prime Video benutze, oder insgesamt Amazon Prime, ist Amazon Prime für mich überlebensnotwendig, sorry, Crunchyroll, Crunchyroll ist einer von, eins, zwei, drei, drei Streaming-Diensten hier in dieser Liste, die ich noch nie benutzt habe, was sie an sich, theoretisch kann man dadurch sagen, für mich ist es ein Warum, weil warum existierst du, aber Crunchyroll hat ganz klar einen Grund, warum es existiert, nämlich für Animes, und ich bin einfach nicht so sehr im Anime-Game drin, äh, da habt ihr natürlich wieder bei Netflix, ein paar positive Argumente, weil Ghibli-Filme sind auf Netflix drauf, aber Crunchyroll, wenn man eben sehr tief im Anime-Game drin ist, dann kann ich absolut verstehen, wenn man das, äh, wenn man das mal benutzt, für mich wäre es mal vielleicht für einen Monat interessant, um da hineinzugucken, ähm, habe ich durchaus mal vor, vielleicht sogar noch dieses Jahr, ähm, mir mal dort ein bisschen was bei Crunchyroll anzugucken, wie ist so die ganze, wie funktioniert Crunchyroll, also wie ist das von der, ich habe hier beispielsweise mal ein Video gemacht, über Mubi, über den Streaming-Service, und dort habe ich ja häufig auch mich über die Performance beschwert, wie es auf der Fire TV-App beispielsweise läuft, das heutzutage ist viel besser geworden, aber, ja, auch dort würde ich mich mal interessieren, wie dort Crunchyroll so läuft, und, ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Existenzberechtigung hat, also auf jeden Fall würde ich niemals absprechen, aber, für mich, ich habe noch nie Crunchyroll benutzt, ich sehe, warum ich es mal benutzen würde, deswegen an sich, müsste ich wahrscheinlich eher auf da rumpacken, weil ich diesen Benefit gebe, würde ich auf letzter Preis machen, ich glaube aber viele, die halt eben sehr im Anime-Game drin sind, würden Crunchyroll auf überlebensnotwendig packen, und das würde ich auch absolut verstehen, aber, das bin halt einfach nicht ich, und von daher, es ist meine Liste, packe ich es auf letzter Preis, aber, wie schon gesagt, ich verstehe absolut bei Crunchyroll, weil man sagt, okay, das ist überlebensnotwendig für mich, ähm, gut, Arte, Arte ist natürlich, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, und deswegen können wir alle die Arte Mediathek benutzen, und, gut, ich habe jetzt hier, nee, ich habe auch Arte Mediathek, glaube ich, ähm, habe ich hier Arte? Sehe ich nicht. Echt habe ich Arte Mediathek nicht hier drin? Doch, ich hatte das doch immer hier drin. Vielleicht bin ich auch blind, Amazon, Amazon Prime? Ah doch, da, ich bin blind. Ähm, Arte, ich meine, sieht jetzt aktuell relativ traurig aus, jetzt nicht so viel drauf, aber Arte hat wirklich immer interessante Sachen bei sich im Angebot, und, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist natürlich insofern schwierig, weil, wie willst du das zählen? Ähm, weil Funk und alles sitzt ja auch zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also ich glaube, ich würde den Preis einfach mal ausklammern, weil für mich würde ich sagen, für mich lohnt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch, ähm, genug Formate, die durch Funk beispielsweise unterstützt werden, also ich würde meinen Preis rausnehmen bei Arte und sagen, okay, was ist das, was von Arte letztendlich übrig bleibt, und das sind vor allem prestigeträchtige Filme, historisch prestigeträchtige Filme, durch die man, ähm, in Deutschland beispielsweise die Möglichkeit hatte, ähm, ganz viele Filme von Kenji Mitsuguchi zu gucken, ähm, oder die hatten mal einen Rückblick auf, so Jiro Usu, also viele japanische Regisseure, ähm, ja, ganz viel Verschiedenes, wie schon gesagt, vor allem so kulturell wertvolles, und ich würde sagen, die Arte Mediathek ist einfach nice to have, weil im Endeffekt ist sie das, im Endeffekt ist die Arte Mediathek nice to have, ähm, im Endeffekt muss man kein Extra-Abo dafür abschließen, was eben öffentlich-rechtlichen Rundfunk drin, und, ja, dafür ist da echt hin und wieder mal wieder ganz nette Sachen mit dabei, die man sich dann angucken kann, von daher, Arte Mediathek nice to have. Mubi, ich bin ein persönlich großer Fan von Mubi, ich bin wirklich riesiger Fan von Mubi, und bei Mubi in einer Großstadt, also wenn man dafür noch Mubi Go besitzt, ist Mubi überlebensnotwendig. Mubi in einer Großstadt, also Mubi Go in einer Großstadt ist ein Stil, ist wirklich ein Stil, ich kann es nicht häufig genug sagen, ähm, was bezahlt man für Mubi Go im Monat? 18 Euro? 18 Euro sag ich jetzt einfach mal, bezahlst du für Mubi Go im Monat, dafür kannst du Mubi benutzen, und kannst einmal pro Woche kostenlos ins Kino. Und rechnen wir es einfach mal, rechnen wir einfach mal, ähm, sagen wir mal, vier Wochen, ein Monat dauert vier Wochen, das heißt vier Filme, die ihr im Monat theoretisch gucken könnt, sagen wir, zwei davon sind interessant. Gut, die zwei Filme haben, würden, normale Kinokarte kostet wahrscheinlich so 7, 8 Euro, kostet schon 16 Euro. Durch Mubi Go könnt ihr beiden Filme kostenlos gucken, und bekommt für einen 2 Euro Aufpreis, das ganze Mubi Abonnement gratis, also nicht gratis dazu, aber ihr bezahlt ja dafür, aber ihr bekommt es praktisch noch dazu. Also Mubi Go ist ein absoluter Stil, und in einer Großstadt ist Mubi überlebensnotwendig. Würde ich nicht in einer Großstadt wohnen, würde ich immer noch sagen, Mubi ist ein Jahresabo. Mubi ist einfach geil. Äh, Mubi hat so viele tolle Filme, auch tolle Eigenproduktionen jetzt aktuell, also sowas wie Priscilla ist da sehr schnell drauf gekommen, wir haben Fallen Leaves, welcher sehr schnell drauf kam, Passages, Yannick war in Ordnung, ähm, Perfect Days von Wim Wenders, also auch super viel einfach in letzter Zeit, was, äh, auch auf vielen Top-Listen so zu finden war, ähm, und was zumindest, auch wenn ihr seht, Yannick, Perfect Days, Fallen Leaves, Passages, Close, haben alle von mir keine richtig guten Wertungen bekommen, aber sind, Filme, die einen zum Nachdenken anregen, und einfach, mehr geben, als wenn du jetzt auf Disney Plus wahrscheinlich die nächsten Filme von Marvel oder so reinschmeißt, und deswegen ist für mich Mubi eigentlich, ah, ja gut, ich wohne in der Großstadt, ich wohne aktuell in der Großstadt, von daher muss ich sagen, Mubi ist, Mubi ist für mich überlebensnotwendig, Mubi ist für mich, äh, überlebensnotwendig, ja, weil es einfach, sich einfach so krass rechnet, wenn ich Mubi Go benutze, von daher, ähm, ja, Mubi, Mubi Go ist ein Stil, und ich will auch so halt Mubi mal mindestens auf Jahresabo packen, von daher, ähm, ja, läuft es doch, läuft es doch, doch, also Mubi finde ich halt wirklich super, ähm, wie schon gesagt, ich habe ja auch über die Performance mich beschwert, in dieser einen Kritik, die ich mal vor Jahren gemacht habe, aber, ja, auch dort, Mubi aktuell, super Performance, ich habe das schon sehr häufig auf dem Fire TV benutzt, super Sachen mit dabei, ähm, Wonka Weiss aktuell im Programm, also, ich bin wirklich großer Fan von Mubi, und, deswegen kann ich nicht häufig genug sagen, dass Mubi für mich ein wirklich guter Streaming-Dienst ist. Paramount Plus habe ich letztens zum ersten Mal benutzt, und, Paramount Plus ist für mich letzter Preis. Paramount Plus ist auch so eine Sache ähnlich, also natürlich nochmal für den ganzen Sachen für mich am stärksten, vollkommen in Ordnung mal für zwei, drei Monate. Für zwei, drei Monate würde ich Paramount Plus wahrscheinlich immer mal wieder benutzen. Einmal so im Jahr, für zwei Monate Paramount Plus, für vielleicht insgesamt 7,99, super Preis. Ähm, kannst du dir einmal die ganzen Sachen durchgucken, ähm, hat ein, zwei nette Eigenproduktionen, wenn man auf Star Trek steht, dann lohnt sich das wahrscheinlich eh. Ähm, ja, und auch so Paramount Plus, Nathan Fielder-Content, also mit The Curse, mit Nathan4U, Nathan4U für mich eine der besten Comedy-Serien aller Zeiten, also, Paramount Plus ist schon echt in Ordnung, auch der Film-Content, der da drauf ist, damit wird man schon glücklich. Aber, es ist keine Sache, wo ich sage, sagen würde, ich brauche ein Jahresabo davon, nice to have, dafür ist es mir dann das ganze Jahr über zu unbeständig, dafür kommen da für mich zu wenig Sachen drauf. Ich würde sagen, letzter Preis, wenn er mal eine Rabattaktion ist, dann lohnt sich das, aber, ähm, das ist keine Sache, die ich jetzt für den Vollpreis irgendwie für, ja, für mehrere Monate mal holen würde, für einen bestimmten Zeitraum ist das mal ganz in Ordnung, aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, okay, sechs Monate am Stück, würde ich mir jetzt mal Paramount Plus holen, das ist einfach unnötig. Apple TV Plus ist auch ein Streaming-Dienst, den ich noch nie benutzt habe, aber dort haben wir ein ähnliches Argument, doch, habe ich hier drin, da, ähnliches Argument wie bei den Netflix Originals, ich habe Argyle im Kino gesehen, ich habe Napoleon im Kino gesehen, ich habe den im Kino gesehen, ich habe den im Kino gesehen, Tragedy of Macbeth, und, ja, Coda, Coda habe ich, habe ich Coda im Kino? Ne, Coda habe ich, glaube ich, dann über einen Freund gesehen, aber ja, ähm, Apple TV Plus macht zu wenig Original Content, und, ja, die Sachen, die ja auf Apple TV Plus drauf sind, sind ja häufig voll in Ordnung, also die haben ja eine relativ hohe Qualität, Qualitätsdichte, aber für mich ist das zu wenig ansprechende Original Content, den ich nicht schon vorher im Kino gucken kann, oder so, deswegen würde ich auch dort sagen, Apple TV Plus ist für mich letzter Preis. Ähm, in Ordnung, man fragt sich natürlich schon so ein bisschen, okay, warum existiert Apple TV Plus eigentlich, aber die schießen so viel Geld in Projekte, irgendwie als auch bei dieser Serie Severance, oder wie die heißt, die jetzt irgendwie die zweite Staffel, 20 Millionen Dollar, also Budget hat von 20 Millionen Dollar pro Folge. Apple, seid ihr dumm oder so? Also kann ich, lohnt sich das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das lohnt, aber, meine Güte, falls ihr so verrückt seid, und euch das Geld so locker sitzt, meine Güte, macht es doch, macht es doch. Wir bekommen guten Content, benutzen vielleicht für zwei Monate bei Apple TV Plus und sind dann nach eh wieder weg und Apple haut zu viel Geld in irgendeine Serie, also ist mir doch egal. Ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung zu Apple TV Plus. Ähm, bei den ganzen, wie schon gesagt, bei den ganzen Filmen laufen eh meistens vorher im Kino, zumindest alle, die man zwingend sehen möchte und, ja, den, äh, ja, der Rest ist halt ganz nett, aber, ja, keine Ahnung, jetzt auch keine, jetzt auch nicht so der Serienkatalog, der mich übertrieben krass ansprechen würde. Ähm, RTL Plus. RTL Plus hatte ich mal tatsächlich, äh, für Fußball, weil der 1. FC Köln in der Conference League gespielt hat und die kann man nur über RTTV Plus gucken. Äh, gut, ich habe bei Prime Video Fußball hinzugezählt, aber RTL Plus ist ein Warum. Warum existiert RTL Plus? Ich meine, wir können uns mal hier das Programm angucken, da würde ich mich mal relativ für, relativ für interessieren. Sogar eigentlich relativ in Ordnung. 4DC, äh, Fosama war ziemlich gut, eine ziemlich starke, ähm, Dokumentation, äh, dann natürlich, oh, der Film mit General Tegas ist gar nicht mehr drauf. Bau Bali 2, ist der erste Bau Bali auch drauf? Ne, der erste Bau Bali ist nicht drauf. Fehlt. Hm, Wall Street, Dieter, der Film natürlich, der beste Film, der hier auf der Liste drauf ist. Echt? Wie heißt der Nummer denn mit General Tegas, der Fallout? Wie ist der Nummer in Deutschland? Ist der nicht mehr auf, der war auf jeden Fall auch mal auf RTL Plus. Das ist ja, glaube ich, auch eine, ja, gibt's nicht. Krass. Aber das ist ja auch keine Blu-Ray, oder? Schade. Voll schade. Dann gibt's in Deutschland wahrscheinlich gerade keine Möglichkeit, den anzugucken. Hm. Ja, das gefällt mir nicht. Ähm, der war auf jeden Fall mal auf RTL Plus, wollte jetzt positives Argument benutzen, falls er noch drauf gewesen wäre. Ähm, ja, das ist warum. Warum existiert RTL Plus? So, ja, ich, wir hinterfragen es nicht. Existiert, meine Güte, soll so sein. Und Discovery Plus hatte ich nie in meinem Leben und für irgendwelche Dokumentationen und Reality-TV-Serien mir so einen Streaming-Service holen? Nee, also nicht bei einer Welt. Falls ihr das machen wollt, macht es doch, mir egal, aber Discovery Plus, warum sollte ich mir das holen? Nein, ich weiß, ich habe mich nicht mehr mit den Preisen oder so beschäftigt, wie teuer das ist, weil da ist nix drauf, was mich interessieren würde. Von daher, ähm, sehr special interest für mich deswegen. Warum? Warum existierst du? Warum bist du nicht bei Disney Plus oder so mit dabei? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, damit wäre, damit wäre eigentlich denen wahrscheinlich eher mitgeholfen, würde man das zu Disney Plus hinzufügen oder, ja, so eine Erweiterung kaufen können bei Prime Video, da kannst du ja auch die einzelnen Channels noch kaufen. Das ist vielleicht eine ganz, ganz nette Sache, aber, ja, das ist jetzt erstmal so meine Streaming-Tierlist. Es triggert mich natürlich, dass es nicht so eine Pyramide ist. Äh, das würde natürlich viel cooler aussehen, aber Mubi und Prime Video sind halt eben für mich überlebensnotwendig und deswegen muss es auch so bleiben. Wow, Netflix, das ist nicht bloß Arte. Doch, ich bin eigentlich zufrieden damit. Ich glaube, das ist in Ordnung so. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu der Streaming-Tierlist steht und was euer Lieblings-Streaming-Service ist und wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Daumen nach oben, nicht vergessen und den Kanal zu abonnieren, nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch bei allem, was ihr so tut in der Welt und tschüss. So, 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 so,